Moin Moin Privat meine Genossen, ich bin der RussianWolf und willkommen zurück zu Road2DeinPissets. Heute mal nur mit Patrick, da Chris irgendwie Puff ist oder irgend so ein Scheiß. Ja und weiter geht's. Was kommt Stand Off hier? Und ich wollte mich noch mal kurz für die vorigen Folgen, Entschuldigung, da die irgendwie Asikron waren. Das kommt davon, wenn man mit der Scheiß Elgato die Stimme mit aufnimmt, komischerweise. Ja und da bricht die Lobby zusammen. Und immer noch haben wir verdammt viel zu tun mit diesen Scheiß Pistolen. Nicht aufhören bis wir alle tot sind. Lange hier. Da ist noch einer runter. Ja, ich dachte er war runtergesprungen. Diesmal. Okay. Natürlich muss er mit seinem Scheiß Diamant-MG kommen. Und natürlich die Elzert, muss es sein. Junge. Okay. Ist ja nicht so, dass ich dann eine Flashbange geworfen hab. Eins ins Einschlag. Diesmal nicht, Kollege. Alter, diese Missgeburten. Teamate, du kannst doch mal hierher kommen, ne? Ja, da verpisse ich mich hin. Oh ja, wow, eine schöne Drohne haben die. Okay. Erwischt. Ey, der ist hier nicht ehrlich am Head klitschen, oder? Ey, ich pack's einfach nicht. Ey, Mann, was wird so die Scheiße eigentlich? Direkt erstes Mal das Spiel angeworfen, schon kommt so eine Missgeburt. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Beiseiten, Mann. Was willst du denn machen, Mann? Ich habe gerade nach zwei Minuten gespielt und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Mein Gott, der Höck da steht da genau in der Ecke. Alter, mein Gott, Alter. Weißt du, du klaust mir den Scheiß-Kill und dann kommt da noch einer mit seinen Scheiß-Hammer und der guckt natürlich genau auf mich, ey. Ey, will der mich verarschen? Ey, der will mich, glaube ich, echt knapsen. Mach ihn nicht mit, Alter. Okay. Mal gucken. Kontaktfreigabe wurde erteilt. Wir sind in Front. Wir pushen ja gleich hier alle wieder. Hey, Junge. Mal gucken, ich werde hier nicht gesnipet. Fuck. Auf die Beine! Und der hat... Ah... 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 Der ist direkt der Richtige, Alter, hier. Einer oben. Von hinten! Alter, wieso ist das Spiel eigentlich so schwul, ey. Achtung! 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 EMP! Damagen! Eigentlich ist so in Scheiß. Waffe leer, Sekunde! Da muss ein bisschen mehr pushen. Ich krieg ja keinen einzigen Killer. Ey, Leute, Mann. Die verbündete Drohne nähert sich. Da kommt die Treppe hoch. Äh, Leiter. Boah, weißt du das? Du behinderter Wichser. War keiner der Teammates. Die zocken alle an, Mann. Das ist mein Name ist mal wieder göttlich, Alter. Wir holen uns das göttlich-Shirt, Alter. Verarschen? Mein Gott, du findest niemanden hier auf dieser scheißen Map, ey. Wenn, dann ist das so ein Hurensohn-Missgeburt-Prestigemaster-Wichser, Alter. Der natürlich mit der A-N spielt. Ey, das gibt's nicht, Mann. Ey, von hinten, Mann, seid ihr komplett behindert. Alter, okay. Natürlich schalt ein Sniper mehr coolen aus als normale. Das war gerade ein richtiges Fan-Aim von dem. Und das war ein richtiges Fan-Aim von mir eigentlich. Aber nicht von mir wirklich, weil ich eigentlich ein richtiger Hurensohn bin. Das schneide ich raus. Und das habe ich extra gemacht. Was ist denn los? Was ist denn los? Wurde wieder rausgegangen, oder? Nein. Eigentlich sollte ich das. Weil ich letzter bin! Was ist denn los? Ja, das ist alles nichts Gutes. Oh wow, denn wenn ich denke, dass die Scheiß-Bounds flippen, dann tun sie es nicht. Weil ich aber wieder zurücklaufe. Dann tun sie es. Es gibt auch andere Menschen in dieser Welt, die man abknallen kann. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Scharfschütze, runter! Natürlich werde ich keinen Blutriss gekloppt kriege, Aluna! Boah! Es ist gut gemacht. Wir machen nicht mehr damit. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nicht, wie viele. Fick dich, ist der Ding. Fick dich, du deutsche Missgeburt, Alter! Der hat mich gehört, du Wichser, Patrick, ey. Von hinten hin, Fan. Ach wow, mhm. Also sind meine, alle Läufe immer krumm. Wenn ich angeschossen werde. Der stand da vor mir, ne? Und ich hab ihn nicht gesehen. Yo, Alter. Der deutsche ist mein Paar, ne? Ich hab mich doch echt verarschen, Alter. Ich hab ihn überall, Mann. Der Junge, sieben, 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 sieben verkackt. Feindliche Drohne nähert sich. Wow, feindliche Drohne. Schon erkämmt und gehackt. Die ist mein Nichte, ey. Alter, das Ding war da auf mich drauf. Hey, Junge. Kein Ernst. Beziehungsweise, kein Ernst. Aber Junge ist das nicht viel zu viel, Alter. Ey, was? Ey, der hat da nicht eigentlich einen Taktikeinstieg gehabt, oder? Ja, der Junge ist vor und tot. Ne, lieber, ne, ist ja anders. Ja, tausend Abschlüsse ist mir doch scheißegal, Alter. Wir haben die Kontrolle übernommen. Habe ich jetzt ein Blut drünstig? Nein, habe ich natürlich noch nicht. Fickt euch alle, ja? Jeder. Man braucht für eine Schatten... Okay, die braucht 425 Punkte, aber trotzdem. Da gebe ich immer Blut drünstig, wenn ich eine Drohne erreicht habe. Meine Fresse, Alter. Ich bin natürlich der Einzige irgendwie hier, der auf dieser Scheiß... ...den ganzen Spiel schießt, ne? Alle drücken kann man sich nur um mich, ey. Weil ich der Einzige wieder bin, der auf dieser Scheiß Welt ist, oder was, ey? Das ist ja Welt von Huren, so ein Duty. Ey, ohne Witz, ne? Wenn ich Triggerfinger habe, habe ich ihn irgendwie nicht. Und wenn ich ihn habe, dann habe ich irgendwie keinen Aim. Und meinem Waffen mache ich keinen Schaden. Auf einmal bin ich wieder hier der Einzige, ey. Oh, wow, da werde ich schon wieder angeschossen, ey. Ey, nee. Nee. Einfach, nein. Auf zu campen. Ach, verdient du Deutscher. Okay. Das war sehr schlau. Jetzt habe ich mein Scheiß-Messer nicht, ey. Egal. Gegenwindig sind wir am Ende. Bereit halten für weitere Befehle. Ich hätte verkackt. Sicherlich. Ja. Endlich wieder mit Perks und Aufsätzen spielen. Ich habe vergessen, der C4 reinzupacken. Oder ein anderes Ding. Die Mission muss um jeden Preis ein Erfolg werden. Scheiße, jetzt fängt er und rein zu. Nein, Mann. Ganz einfach, wenn ich den Scork gehen, auf die Distanz. Schiert. Boah, schon wieder geblockt, weil die Waffe gejammt. Da von hinten, Patrick. Geh mir doch ein Blutrund sich hier, du Missgeburt. Okay. Hey, nee. Danke, dass ich jetzt ein weiteres Blutrunds bekommen habe. Ja, natürlich kommt er da vor rechts, weil da keine Sau mehr ist. Es ist da jeder Teammate. Dann mache ich da ein paar Kills. Weil wir alle. Und dann sterben. Und dann sterben die. Und keine Ahnung, keiner. Ach, wow. Waren da sogar zwei Gegner, ne? Und nur ein Teammate, der überhaupt keine Ohren hat oder sowas. Kein Ohr hat, sondern hier. No Ears, ey. Aber diesmal, ne? Hat er Augen oder was? Weil er vor ihm gelaufen ist. Der Gegner hat natürlich auch einen. Boah, wer spielt denn mit Scorpion? Die ist doch schlecht, Alter. Die verbündete Drohne nähert sich. Du bist ein Sniper. Spiel Sniper, du Missgeburt. Wow, Dead Spawn, Alter! Dead Spawn! Boah, ich brauche Hilfe. Boah, weißt du das? Na. Ja. Ach, wow. Also wenn man aus der Hüfte mit einer Pistole schießt, das heißt, das heißt, das, 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 das. Hast du gar keinen Aben, oder wie? Und jetzt kennt natürlich hier keiner. Weil unsere Teammates hier sind. Du bist ein Sniper, Sniper, oder so. Mein Gott, die Scorpion ist so OP, obwohl sie es eigentlich nicht ist. Ey, Nerds. Das ist unglaublich. Wie kann man nur mit der Shotgun spielen? Oh, Junge, ich tick' aus. Ey. Mein, weißt du? Da spawnt einer! Ich bin dann da! Da spawnt... Fick dich, du blöde Scheiß-Mikro! Da spawnt keiner! Wenn ich da bin! Wenn ich einen killen will! Da spawnt natürlich welche! Ey, ohne Witz geht ich ja hängen! Ich werf gleich den Controller, Alter! Ich werf gleich irgendwas, Alter! Wir haben die Kontrolle über. Mein Gott, warum bin ich eigentlich immer allein im Spawn? Okay, wenn man aimt, hat man keinen Schaden. Wenn man aus der Hüfte schießt, kommen keine Kugeln raus oder was. Ey, der Sniper, der will mich, glaube ich, nach Zimmer. Mich auch, obwohl ich zick-zack gelaufen bin. Ja, lauf vor, komm! Kill ihn! Los! Na los, du bist ein Sniper! Kill ihn! Ja, der hat eigentlich tot sein sollen. Na los, na los! Wir gewinnen diesen Kampf! Ey, der will mich natzen! Boah, Alter! Anständige Ausführung, gut gemacht! Beste Quote von allen, Alter! F***t euch! Mhm. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das wird Anja. Timtoai, ich Winter. M-Woodoo, k İnssä iaiah! B-Woodoo, k Gotta Check-up, God! Doh, kicz! M-Woodoo, k- libraries. T-T-T-T-T. Be-Woodoo, k oder c? B-Woodoo, kegal, nie kann man...